Warten wir einen Moment, bis das Auto weg ist, Marse nimmt schon Platz im Sücken. Wir haben gesehen, es sind also auch ein Brandlösch drin im Auto. Alle Vorsichtsmassnahmen sind getroffen. Passt ausgezeichnet, oder? Drei Punkte. Ihr seht die Wand. Das ist die Wand, die Marcel durchfahren wird. Circa Tempo 60. Heute holt jetzt alle einfachen Vorten durch die Wand. Tschau, Marcel. Toi, toi, toi. Das ist die Wand. Ihr seht hier auf der Seite, links und rechts, die ganzen Namen von allen, die mitmachen. Wenn ihr ein Bild wollt, von dieser Aktion, was für einen. Dinnen hat es ein Lichter, könnt ihr euch eintragen. Könnt ihr ein Bild bekommen, von diesem Anlass heute. Von diesem Durchschlag an der Wand. Wir drücken jetzt an Marse in Blumen. Er steht schon hinten. Im Auto, das Auto läuft. Fotografisch parat. Und alle Kameras sind bereit. Wir warten jetzt noch auf den richtigen Moment. Achtung! Und Zehn! Neun! Acht! Acht! Zwei! Zwei! Zehn! 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 Befeid! Befeid! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017